so und damit was geht ab heute kommt zu einem video von horizon forbidden west schön dass hier wieder um mein gott kommt ja schön dass sie wieder mit dabei sein botter war ja im letzten video hilft denn du los ja alter kann man der frosch jetzt ja ja was haben wir mal im letzten video haben wir das kann ich im letzten video hier die mission mit der nachricht abgeschlossen mit dem signal aber immer sind wir dann hier hingerannt haben dann die typen hier getroffen mit den verträgen wieder und haben eben das lager gekallt gemacht eine hüte da soll ich mal im tier hin rennen und dann machen wir mal eben die ganzen verträge ok was das nein das ist es nicht geguckt und jetzt geht die blöden heute verträgt das haben wir schon gemacht verschwunden ausrüstung genau makelloser brühe rücken weiß ja meine das ist schon eine ausrüstung und da war noch irgendwas genau die wir machen da muss ich irgendeinen dornrücken glaub ich klapp machen ja ok doch nicht dafür brauchst du die nase eines dornrückens so heißt ich werde eine nase brauchen als ich muss ein dornrücken plattmann und dornrücken ja guck mal wenn ich hier die mission nach da oben da ist ja noch mal ein brühe rücken wie kann ich noch mal hin was soll muss ich ja ja ok da heißt ich muss jetzt die hier machen die oder vierteine da oben habe ich nicht gesehen gut ok das war nicht so schlau aber ich glaube geier brauche ich gar nicht mehr ich muss noch mal irgendwelche anderen tier schwein 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 ob hier noch die geier brauchen wir mal eine gans da weiß ich geier aber eine gans brauche ich ente brauche ich fisch also so einen karpfen muss ich haben das ist aber berühmt ich 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 direkt rein das feuer sieht aber als hahn warum so junge was ist denn jetzt hier los du mich verarschen ja 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 hab ich gesehen dass ich so ein Wied nicht hab gibt es wahrscheinlich in die Wüste gar nicht Was ist das? so kann er mich jetzt übertreffen das verstaue ich mir später ich muss jetzt so bestimmte brücken platt machen jetzt haben wir mal eine hilfpflanze wo ist denn der andere gut also das ich habe die doch marke los gehabt das ist ein Amen. Okay, also heißen anderen. Löschwasser, hatte ich heute. Nein, den will ich. Aber Haie pflanzen gibt es hier trotzdem nicht, ja? Ich lass das besser erst mal sein. Gott. Aber kann ich trotzdem schon mal erklären. Entdecken. Jo, hat er. Gut. Dann jetzt erstmal zu dem Bullrücken. Ich kann auch da hingehen. Gott. Ah, nee. Ah, nee! ich soll gar nicht durchheben gehen aber gleichmäßig ich häng' fest ich häng' fest habe ich da jetzt keinen bock drauf so eine kacke durch diesen raus aus diesen bums hier junge wieder zurück die außerdem kommt jetzt hinterher kommt sogar oh die sind auch wieder da der wachse damit sein gesicht in der band wieso bleibst du da hängen das ist ein busch kennt man durch diese scheiße hier sammeln die jägerin wird so gejagten jetzt los wenn ich kann sollte ich runde das verträge mal lesen die details einmal anschauen das war denn jetzt los aber dass hier noch eine aufzeichnung ist ich habe nie rein hier los diese ruine ist nicht ganz so verfallen wie andere hier draußen vielleicht die von der der oseram stöberer erzählt hat könnte sich lohnen mal reinzuschauen das müssen die ruinen von las vegas sein tja fehler kämen sollte man tausendern ich bin da worum das leute ihre essentration verloren haben sie meinte dass nur ein dornrücken sie unter dem sand erschnüffeln könnte gut dann machen wir das so was gibt mir eine nette noch ja 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 wo schießt du denn hin alter wo ist denn jetzt los machst du ne blickspiele ich kann einen überbrücken und mit ihm die rationen finden die die osseram verloren haben da habe ich kein raptor mehr mann so 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 dahinten wie kommt das viele dahinten vor dem jahr und sagt jetzt womit eine da nicht überbrücken kann weil er nicht nicht jetzt braucht ja sollte ich für seidon befinden Der Ohnzug ist nur entlang. Der Dornbrücken sollte die Container wieder ausgraben können. Der Dornbrücken sollte die Container wieder ausgraben können. Der Dornbrücken sollte die Container werden. Was soll ich jetzt hier machen? Ich blick's nicht. Der Dornbrücken sollte die Container werden. 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 Dann steig ich mal vom Dornbrücken ab. Hast du was gefunden? Da kommen die Cabin jetzt her. Der Dornbrücken sollte die Container werden. Der Dornbrücken sollte die Container werden. Der Dornbrücken sollte die Dornbrücken sein. Der Dornbrücken sollte die Container werden. Der Dornbrücken sollte die Container werden. Der Dornbrücken sollte die Container werden. Ich bin nicht mehr so weit. Ich bin nicht mehr so weit. Erledige dich! Komm raus! Erledige dich! Ich muss schauen, ob sie hier irgendwo sind. Hier ist... Ich sehe dich jetzt. Komm schon! Ja. Der Grundteil von Runders Rats... ...ist wohl hier. Ich sollte sie so schnell wie möglich zu ihren Rücken bringen. Dann mag ich nur auf eine Gelegenheit, mir in den Rücken zu fallen. Ich möj den N Network... ...und 그렇bish. Hey. Du! Stab! Du! 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 Oh, was ist das? ich so nein jetzt werden wir mal eben auch immer du für sorgen hast ja lauf rein wer hängt fest du hängt jetzt echt fest keine ahnung was das hier sein soll keine ahnung wo das gebäude steht ich schau mir das an könnte sich lohnen mal reinzuschauen könnte er will ich jetzt aber nicht ja 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 ich schaue zur sicherheit noch mal auf den vertrag ohne sein zu beschädigen ich muss vorsichtig sein ja 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 oh nein die abmahnen Okay, ich habe ihn. Junge! Gut, sind wir da jetzt überhaupt. Oh, da hinten ist eine schöne Schlange, da hab ich auch richtig gekocht dran. Gut, sorry Leute, von allem bin ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei von Bockdorn wartet. Ja, dann werden wir uns im nächsten Video nochmal eben die letzte Mission machen oder der letzten Mission widmen. Damit wir die Verträge alle schon mal erarbeitet haben oder verarbeitet haben und erledigt haben. Und dann werden wir auf jeden Fall die Hauptminister Wartemann. Sind der jetzt eher in der Gegend, dann kann man auch einen Poseidon machen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde aber eher erst hier. Was hat denn da? Unbekannte Siedlung. Okay, das wird dahin begeben. Weil es ist ja egal, ob ich jetzt dahin gehe. Achso, wo ist das Ding denn? Das ist wahrscheinlich sogar die Mission selber, oder? Ja, siehste, das ist sogar. Ich wollte aber was anderes machen. Das soll ich jetzt gemacht haben. Wo eigentlich völlig Wumpe ist. Feuer, glimmer, 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 wenn wir uns hingehen. Ganz gerne, die letzte Mission ist eh hier oben erst. Boah, Alter, ist das weit. Aber gut, machen wir alles in Ruhe. So, falls ihr dann seid gerne mal nicht so neu. Weil ich kann's glaube ich mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin und tschümmel. Bis zum nächsten Mal.